Flinker, Flinker, ja, da kommt der Zirkus, ist wieder enttankt. Alle warten auf ein Wunder, jeder Saugerstand. Was kommt jetzt? Was ist das? Wer ist das da am Trapez? Und im Grauen seiner Ahnen lachen sie in deinem Traum. Was man schaut, erinnert man sich so an die Namen, wie ich Kind war. Das war der Bäcker, das war das Sägewerk, das war mein Lehrer, der hieß Servus. Also mein Vater, ich spüre noch seine Hände, der hat so warme, weiche Hände gehabt. Und das spüren. Ich habe immer geliebt das alte klassische Trio, bestehend aus Weißgarn, den 2 Augusten. Das hat mich immer fasziniert und ich habe immer Partner gesucht, die nur aus dieser Tradition kommen. Und leider habe ich die alle überlebt und jetzt bin ich wieder dabei, ein neues Trio zu formieren. Und wieder so eine alte, traditionelle Clown-Nummer, die das Geheimnis birgt als an derselben Stelle das Kleinkind und der Intellektuelle lacht. Das würde ich nur mal aufleben lassen. Was bist du? Was ist wichtig, wie du fliehst? Ich fliege. Das ist wichtig, du musst es wirklich lustig machen, mit Kaskaden und sowas. Du bist ein verrückter Bind. Du kannst ihn nachher abschnitten, aber der bleibt so. Du kannst ihn nachher abschnitten, aber der bleibt so. Und ich habe die Gefühle, mein Mann, wenn er das Zippo gemacht hat, war auch ein bisschen ein glücklicher Mensch. Für immer jung, für immer bunt, für immer.